Hallo, hallo, hallo. Damit ständen wir in das Game rein. Irgendwie habe ich keinen Zorn. Oh, es ist abgestürzt. So. Also die Idee für heute war ein bisschen mehr zu bauen. Kann ich denn hier Sachen malen? Oh, ja. Okay, ähm. Töpfern. Töpfern, töpfern, töpfern. Backsteinofen. Oh, brauche ich Eisenbarren. Okay. Nasses Siegel? Äh. Wo kann man das denn herstellen? Okay. Hier. Vielleicht an der Werkbank? Äh. Hier. Bei der hier. Steinmörtel, Malwerk. Steinmörtel, Malwerk. Nee. Äh. Holzform. Ah. Töpferei-Tisch. Okay, ich brauche ein Rad. Ich brauche ein Rad. Okay, damit sollten wir das herstellen. Ich brauche ein bisschen�� Problem. Ähm. Leute. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, damit haben wir den Top-Fortisch. Claymold, Keramikmold. Oh Gott. Okay. 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 Okay, den Baum müssen wir auch abreißen, damit wir Platz haben, so. Okay. So Ah, wieder hell, super So No So Oh So Juten Tag Was geht Oh God Gott sei Dank darf ich nicht laufen gehen Es ist zwar ein trauriger Grund, warum ich nicht laufen gehen darf, aber Bin ich sehr froh drum Weil laufen ist für mich echt hart langweilig Ne, wegen Wärme überhaupt nicht, sondern Körperliche Einschränkungen Ne Selbstgemachte körperliche Einschränkungen Ich habe mit 15 14 und 15 glaube ich Ja, müsste glaube ich da gewesen sein Habe ich mir Die Was Ja Ich habe mit Mit 15 oder 16 habe ich mir die Beide Knie Die Wachstumsfugen zertrümmert und Beide Menisken In beiden Knien zerrissen Und im rechten Knie Habe ich Das Kreuzband mit 21 noch zerfetzt Und die Kapsel Und den Meniskus Und Ähm Ja Äh Wachstumsfugen zertrümmert habe ich mit Fußballspielen Ich bin stehen geblieben und habe das Knie nach innen über den Und dadurch wurde die Wachstumsfuge einfach planiert Und Ähm Das andere war Ich bin auf den Eiswürfel beim Runterspringen von einem Geländer aus gerutscht Also mit durchgestreckten Beinen auf den Eiswürfel gelandet und dann weggerutscht Und Mein gesamtes Körpergewicht aufs durchgebogene Knie Also das ist dann nach innen durch und dann War Muß Ja Und deswegen Sollte ich halt nicht Laufen gehen Fahrradfahren und sowas geht Aber Laufen gehen ist halt Es geht halt so oder so voll auf Gelenke Wenn du kacke läufst Und wenn du dann auch noch Probleme hast Ist das halt Äh Nicht förderlich für Die Langzeitgesundheit Sag ich jetzt mal Weil man will ja auch noch mit 50 durch die Gegend marschieren Und nicht Äh Nur bis 25 oder 30 Und danach noch mit Knieschmerzen durch die Gegend laufen Und deswegen Lass ich das mit dem Laufen los 5 6 6 6 9 6 6 7 8 9 7 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie hast du denn das hingekriegt? Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur irgendwas dummes sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Also bei dem Maß an Verletzung kann es ja eigentlich nur mit dem Maß an Verletzung sein. Oh Gott. Okay. Da ist das ja betrunken auf dem Eiswürfel ausrutschen ja noch harmlos gegen. Obwohl das war die beste Zeit eigentlich in meinem Leben. Äh... Hardcore-Krankengeld bekommen aber so richtig gut. Äh... Und... Äh... Zuhause abpimmeln. Besser geht es eigentlich nicht für sieben Monate. Aber ja Verletzungen sind immer kacke. Vor allem wenn du dann nichts mehr machen kannst. Aber Gras hängen bleiben das ist auch übel. Ja wir unterhalten uns gerade über äh Verletzungen die man so hat. Also ich bin zum Beispiel betrunken auf dem Eiswürfel ausgerutscht und hab mir dabei Kapsel, Meniskus, Kreuzband, Außen, Innenbänder und so weiter gerissen. War dann erstmal schön sieben Monate krankgeschrieben. Oh Gott. Okay. Nee. Also bei mir ähm... Haben sie das rechte... Kreuzband ähm... Nicht repariert. Da war so viel äh... Blut in ner... Im Kniegelenk. Dass du... Äh... Eine Verkürzung der Muskulatur befürchten musstest. Weswegen sie das nur sauber gemacht haben. Und dann bin ich straight up in die Reha gegangen und ähm... Äh... Dann... Konnte nix mehr gemacht werden. Also... Ich könnte mich jetzt entscheiden wenn ich Probleme hab, dass ich in die Reha gehe. Aber dafür... Hab ich noch nicht... So große... So große Probleme. Was ganz geil ist. Oh... Und... Also... Drei Kreuzbandrisse... Ey... Das ist auch schon hardcore. Vor allem... Wie erklärst du das deinem Arbeitgeber? Ja... Also... Ich war schon wieder auf Fußballspielen und hab mir jetzt schon wieder was gerissen. Und... Ja... Ähm... Was ich dir aber dazu sagen musste... Der große Vorteil bei mir war, dass ich auf dem Bau gearbeitet hab. Und dadurch ähm... Äh... Ein Arbeitsverbot hatte. Bis eine vollständige Re... Rehabilitierung äh... Gewährleistet ist. Oder war. Und dadurch äh... Musste ich halt sieben Monate... Zuhause bleiben, weil äh... Die Berufsgenossenschaft äh... Mich... Nicht kr... Äh... Nicht gesund geschrieben hat. So... Eins, zwei, drei... Auf Dauer hatte ich da so viel Langeweile, dass ich zwischenzeitlich mit einem Kollegen zusammen äh... Pizza ausliefern gefahren bin. Äh... Weil ich nichts zu tun hatte. Und mir hart langweilig war. Dann ist er Pizza ausliefern gegangen und ich hab im Auto gechillt. Hehehehe... Das ist auch nicht so intelligent, muss ich sagen. Ähm... Ähm... Aber ey... Wenn's äh... Spaß macht, ne... Dann... Why not? Muss man ja auch dazu sagen. Muss man ja auch dazu sagen. Lord of order! Bsky. Na' una? Ka her! Ja. Jack? ard Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach ja, ich will jetzt anfangen langsam eine Rante, eine Rampe nach unten zu bauen, so dass wir easy Zugriff haben auf, wie hast der Spaß noch gleich, auf, 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 Erze und so weiter, oder die Wüste in dem Fall und dann gucken wir mal. Ach ja. Ach ja. Guten Abend. Noch nicht mal zwei Sekunden im Stream und schon fängt er das beleidigt an. Geht ja mal gar nicht. Was geht? Ja, bei mir war Fußball auch eine blöde Idee. Okay, ähm, hat mein körperliches Wachstum stark beeinflusst, die Kacke. Okay. 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, kreativer ist auf jeden Fall. Fand ich auch sehr gut. Vor allem kurz unnütz. Das könnte dem deutschen Star sogar entsprechen. Trenn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hole mir hier jetzt nur gerade Erde Kann man den da wählen? Ich hätte ja bei dir eher gedacht, du wärst die grauen Panda, ne? Oh. Hey! Tja, wenn du mich als Esel bezeichnest, dann darf ich dich als grauen Panda bezeichnen. Schön. Ja, also das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Ich hab keine Ahnung, deswegen hab ich den Valumat gemacht und das, was da die höchste Prozentzahl hat, wird gewählt. Ja. Ja. Also das ist auch wirklich völlig unabhängig. Ähm, da bin ich ganz froh um den Valumat. Ähm, die höchste Prozentzahl gewinnt und wird gewählt und dann peng. Ähm. Weil irgendwie ist alles so nicht das Wahre, sag ich jetzt mal. Außer es ist irgendwas Extremes, dann würde ich dann eher sagen, okay, vielleicht sollte ich mal über Sachen nachdenken, aber bis jetzt hab ich da eigentlich immer Schwein gehabt. So kann man's natürlich auch nennen, aber ja, ich könnte das so eins zu eins unterschreiben. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich wählen soll. Also das ist eigentlich katastrophal. Aber das Wichtigste ist ja, man geht überhaupt wählen. Äh. 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 Das war's. 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 Das ist gruselig, was da zwischenzeitlich abgeht. Und dass Politiker für ihre Sachen zur Rechenschaft gezogen werden können. Das wäre auch nice. Ja, sorry. Das mit der Arbeit ist natürlich relativ blöd. Spielstand aus... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist göttlich, sag ich nur. Das war's. Oh. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das geht nicht mehr. Ja. 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 Dann machen wir das mal anders. Das war's. Ja. 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 Joa, vielleicht auch irgendwas Richtung, ähm, eine Gesetzestextlesung zu, oder so, ja. Ja, aber was da halt zwischenzeitlich ist, von wegen, ähm, ich kann mich nicht erinnern und dann kannst du auch noch Kanzler werden, ne, das, da wäre doch da, also wirklich, da wäre doch eigentlich jeder zurückgedreht, hätte ich jetzt gesagt, gedacht. Was tun sie da? Gruppenarbeit. Viel Spaß dir. Bis zum nächsten Mal. Guten Hunger dir und viel Spaß. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann bringen wir eben den Wagen wieder zurück. Untertitelung. BR 2018 Äh, wo hatte ich denn mein Bad jetzt abgestellt? Ach, da hinten. Ok, wir brauchen, mach ich hier erst mal frei. Okay, wir brauchen, mach ich hier. Der ist auch weg. Das alles hier aufräumen. Inventar zu schwer. Ja, okay. 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 Ja. Ja, okay. Ja, okay. Und wieder zurück und weiter bauen. Ja, bei mir war das Mittagessen heute auch sehr dürftig, nämlich überhaupt nichts. Ja, bei mir war das nicht. Nein, aber einfach keine Zeit. Und ganz ehrlich, auch echt irgendwie überhaupt keine Lust gehabt. Und in der Mittagspause einfach nur gechillt und am Handy geduddelt und nichts gemacht. Einfach nur pure Entspannung. Das war auch mega nice. So. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe reichlich gefrühstückt, das hat also gepasst und ich habe nach wie vor keinen Hunger und habe aber schon was zu Abend gegessen. Ja. Das auf jeden Fall, also das merke ich auch, wenn ich keinen Input hatte, merke ich das. Aber heute habe ich das gar nicht gemerkt, also war noch alles in Ordnung. Oh, okay. Bei mir ist das wirklich so zwiegespalten, kann man schon fast sagen. Ähm, ich komme auch gut. Ja, genau. Also, ich schaffe das auch ohne Probleme, 16 Stunden am Stück nichts zu essen. Wenn nicht sogar 20, ähm, oder ich esse halt nur einmal am Tag, dann sind das halt irgendwie innerhalb einer Stunde 1800 Kalorien oder so, die ich mir reinballer. Ähm, und dann den ganzen Tag dann nichts mehr. Also, das geht auch, aber das habe ich nicht so gut vertragen. Ich mache das eher, ähm, dass ich morgens auf der Arbeit was esse. Das sind dann so knapp, knappe 800 Kalorien, die ich dann verdrücke. Und, ähm, abends esse ich dann nochmal was. Okay. 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 Cool. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ok ja bei mir kommt es wirklich auf die Mahlzeit am Morgen drauf an sowas wie Brötchen und so weiter könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht essen oder Müsli jetzt kommt die Katastrophe ich esse meistens morgens 500 Gramm Magerquark mit Schmelzflocken und hier so Geschmackspulver drin einfach damit das besser schmeckt weil reiner Magerquark ist echt ekelhaft und das sind so circa 800 Kalorien die kann ich gut verdrücken und dann kommt die nächste Mahlzeit ähm um 22 Uhr oder 23 Uhr oder sowas oh Gott äh was mit Chunky Flavor ähm ja mit Chunky Flavor auf jeden Fall entweder Kirsch Sahne oder äh Nuss Nougat irgendwie sowas das ist mega geil das kannst du hier so reinballern und äh das hält mich auch echt den gesamten Tag satt ok das habe ich noch nicht ausprobiert aber bei uns im Rewe gibt es auch nicht so viel und ich muss mir das eigentlich mal wieder online bestellen wieso produziert denn nicht mehr was fehlt ihm denn oh Arbeit ok also bei mir ist es genau andersrum ich gucke eine Packung Süßigkeiten schräg an und ich habe drei Kilo extra drauf gefühlt aber ich muss definitiv wieder Diät machen ich habe viel zu viel zugenommen auch in Bereiche wo ich jetzt von äh wie heißt der Kram noch äh wo ich diese anderthalb Monate ausgefallen bin oh ok das ist krass also bei mir ist das echt genau die andere Richtung ich brauche ewig und drei Tage um wieder abzubauen ähm ein großer Vorteil bei mir ist ähm aber der erhebliche Anteil an Muskelmasse den ich habe auch wenn der nicht ganz so gut trainiert ist aktuell aber sobald der Motor läuft ähm kann ich essen wie ein Scheundrescher und nehme trotzdem relativ gut ab das dauert zwar aber das ist ganz nice oh nice 15 Kilo ist schon ordentlich warte ich glaube ich bin aktuell bei 13 Kilo ja 13 Kilo Alter ja ähm ja Aber ich wiege trotzdem viel zu viel. Also trotz all dessen, dass ich 100... Warte, ich bin bei 135 Kilo gestartet. Und bin jetzt runter auf 122. Und will eigentlich auf 90 Kilo runter. Das wird aber noch ewig dauern. Und jetzt während der Verletzung habe ich nochmal 5 Kilo dazugenommen. Wow. Alter Schwede. Ähm. Und... Würde ich das essen, was du da gerade empfiehlst, Zuschauer? Dann... Ey. Uh. Uh. Das ist ja fast die Hälfte von mir. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ähm. Aber würde ich den Magerquark, den du empfiehlst, essen, würde ich glatt die komplette Gewichtsangabe von Magerquark 1 zu 1 zunehmen. Ähm. Okay. Ja, ich... Ich... Äh. 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 Ich bin... 1... 81, 1,80. Irgendwie so. Und... Ich bin halt, wie gesagt, bei geschmeidigen 122 Kilo. Ich glaube, da würde ich so übel mit aussehen. Also, ich habe jetzt seit... Warte. 13, 17... Seit 18 Jahren habe ich nicht mehr unter 100 Kilo gewogen. Was auch ein bisschen übel ist. Also, ich bin ein... Fetter, schwitziger Gamer. Äh. Ja. So. Und... 73 Kilo bei 1,62 ist noch grenzwertig, würde ich sagen. Aber 58 Kilo ist auch grenzwertig, finde ich. Aber... Da muss man ja sagen... So lange es nicht in beide Extreme geht. Bei mir sind es ja... 42 Kilo Übergewicht. Das ist ein bisschen... Hardcore. Ähm. Das ist halt wirklich absolut. Äh. Ja, BMI kannst du nicht nehmen. Bei BMI wäre ich... Äh... Krankhaft übergewichtig mit... Ähm... Krankhaften Adipositas. Äh... Ich war auf... Äh... Bei uns im Krankenhaus... Kann ich natürlich alles durchchecken. Ähm... Da bin ich in der... Ähm... Hier wie heißt das Körperfettanteil... und Wasser- und Muskelmassenmessung... Bin ich so knapp... Mittig vorm Übergewicht. Also da... Macht sich dann die... Muskulatur stark bemerkbar. Bei mir. Was... An sich positiv, aber natürlich auch gleichzeitig auch negativ ist. Weil es trotzdem halt für die Gelenke und so weiter viel zu viel ist. Aber... Das Wichtigste ist, dass man... sich selbst akzeptiert, wie man ist. Genau. Ähm... Körperfett und Muskelmasse im Verhältnis ist das Wichtige. Keine Frage. Das ist auch... Besser... Das Beste, woran man sich orientieren kann. Weil... Äh... Du kriegst total die Probleme, wenn du... Zum Beispiel Fußball spielst. Viel laufen gehst. Und, und, und... Ähm... Ja. Das auf jeden Fall. Ähm... Äh... Genau. Wenn du Fußball spielst und ordentlich Muskulatur in den Beinen hast. Hast du voll den beschissenen BMI. Weil du da einfach die... Die Muskelmasse hast. Um dich, ähm... Blitzartig fortzubewegen. Also diese Explosionskraft. Und, ähm... Ja. Da wiegst du halt mehr, als du eigentlich solltest. Laut BMI. Und ja, ähm... Das... Das merke ich zum Beispiel in meinem rechten Bein. Dadurch, dass ich da kein Kreuzband mehr habe, sollte ich eigentlich total die... Knieprobleme haben. Aber... Hab ich seit Jahren nicht mehr. Ich krieg nur Knieprobleme. Äh... Wenn ich zu wenig schlafe. Und dann merke ich das. Dann ist das wie bei einer Grippe. Sag ich jetzt mal. Aber sonst... Null Probleme. Was richtig nice ist. Oder auch schlechter ist der Antrieb, um... Bisschen mehr abzunehmen. Dann halt auch nicht so gut gegeben. Um es blöd zu sagen. Aber... Wie gesagt. Das wollte ich nochmal sagen. Solange man sich mit allem wohlfühlt, ist alles super. Und hallo... Und hallo... Dragon Wind. Willkommen... Im... Äh... Großen... Äh... Der Cock ist fett und wir unterhalten uns darüber. Genau. das kann ich zum beispiel überhaupt nicht einschätzen weil ich wie gesagt jetzt mittlerweile seit 17 jahren nie unter 100 kilo gewogen habe und gar nicht weiß wie sich sowas anfühlt das ist echt strange das einzige wo ich wirklich merke dass ich zu dick bin ist beim treppensteigen da fange ich dann an wie eine dampflok zu arbeiten aber sonst merke ich zum glück nichts großartiges das kann aber halt sein dass ich gesundheitlich da mal ein bisschen drauf achten sollte ist das jetzt eine anspielung darauf dass ich dick bin so von wegen so moin und oink das kann ich nicht so gut moin 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 wo moin wo 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 Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Absicht war. Ja, Moinsen, ich glaube, da gehen wir gerne drauf ein. Da habe ich auch schon straight up die Frage. Was ist deiner Meinung nach besser? Hups. Am Anfang, also so wie wir jetzt hier gerade frisch gestartet sind, einfach gerade nach unten bauen und alle paar Meter einen Wagen hinzustellen, um dann die Schlacke nach unten zu transportieren mit einer Leiter. Das heißt, wir buddeln uns hier ein gerades Loch runter und positionieren nach und nach Treppen und, äh, ne, Leitern und Wegen am Seitenrand, so dass wir die Schlacke von oben nach unten transportieren können oder das Tunnelgrabprojekt. Weil das ist mir ja noch eingefallen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dankeschön. Jetzt ist die Frage, welches du meinst. Ist das schon wieder eine Eselanspielung? Womit habe ich das verdient? Ach. Ah. Äh. So sollte man... Äh. Äh. Ah. Also. Das hier kennt man bestimmt. Und. Äh. Das die hier erkennt man wahrscheinlich auch. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Das erkennen die wenigsten. Oh Gott. Äh. So. Dankeschön. Ah. Ich habe noch an anderen Stellen welche, aber... Richtig. Ähm. Wie kann man jetzt sagen, dass das nicht... Ich habe noch eins. Das ist ein Level von bescheuert. Das habe ich mir nur tätowieren lassen, weil ich es lustig fand. Weil es bescheuert ist. Aber lustig. Ähm. Da muss ich mal eben gucken, ob ich das... zeigen kann. Es könnte auch zum Copyright Strike führen. Äh. Äh. Oh. Fuck. Oh. Ich habe zu fette Beine. Äh. Gott. Jetzt wird es lustig. Äh. Äh. Das ist straight up auf den Knie. Ja. Und dann habe ich noch... Gott. Jetzt ist die Hose so... Das geht nicht. Ja. Ruffy. Auf den Knie, weil er lacht. Okay. Warte. Oh Gott. So. Was? Das ist noch auf der Wade. So. Höh. Das artet hier ja in Arbeit, Els. Ja. Das lustigste an dem Ruffy-Tattoo. Okay. Warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich die... Äh. Irgendwo habe. Die habe ich auf dem Handy. Das Handy kann ich so gut sehen. Dann wird's einfacher. Warte. Zynology. Oh mein Gott. Jetzt wird's kompliziert. war das das richtige passwort war nicht das richtige ich habe zu viele sicherheitsauthentifizierung ist der richtig? ja der war richtig Warnung ja habe ich gesehen verdammt wie war denn ich muss mal gucken ich muss mich mal eben drücken ich muss mal gucken ich muss mal gucken Crossplay hört sich auch geil an. Oh. Ich habe hier gerade ganz schlimme Fotos entdeckt. Kann ich hier nicht nachordnen? Tags? Nein. Das sind Auffälsche. Das sind OP Fotos. Festival. Slot. ... ... ... bei diesen prolog spielen bin ich auch immer am überlegen ob ich das wirklich kaufen sollte oder nicht weil du ja halt nicht weißt ob das nicht mehr laune machen würde mit wenn das spiel komplett draußen ist also das ist frisch gestochen aber ich habe doch eigentlich älter ist das nirg ja wow ich habe das foto was ich suche habe ich nicht auf dem server doch habe ich das hier ist das andere das ist das auf erwarte so können wir das mal vernünftig sehen ok wo hast du denn das hingeschickt ja auf jeden ich muss das noch mal ah und ah jetzt leuchtet es auch oh cool das sieht auch mega gestochen aus hat ein bisschen irgendwie was von der von der qualität her wie so ein aufklebetattoo weil das so gestochen scharf rüberkommt das ist cool äh darf ich das zeigen das ist ein öffentlicher kanal ähm so besonders der teil hier unten das sieht halt echt geil gestochen aus so hier war das problem hier sieht man ja meine achillessehne und das tätowieren hier da ist die sehne immer nach links oder nach rechts gesprungen das war widerlich ja das ist mega geil gestochen ja ich muss mir auch mal irgendwann noch mal ein neues tattoo stechen lassen ich weiß zwar noch nicht was aber irgendwas lustiges gibt es schon ich war am überlegen mir Son Goku auf die linke kniescheibe zu stechen dann habe ich äh rechts Ruffy und links Son Goku gestochen das war so eine wenig bescheuerte Idee ok ja ich bin dabei ein schau ich bin dabei das war so Ah, hier kommen wir ja schon zu dem Problem. So. So. Ah. So. 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 Das war's. So. Ja. Ja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Ja, da bin ich am überlegen, was ich mit dem zweiten Stern mache. Ja, da bin ich am Ende. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, danke schön. Ja, in Töpfern habe ich schon einen Stern drinne. So, hat sie, hat sie nicht, okay. Äh, ne, den können wir nicht bauen, weil uns, ähm, Eisen fehlt. Weil wir ja, äh, du meinst nicht den Bäckerei hoch? Na? Ah. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, den brauche ich auch. Das einzige, was ich jetzt brauche, ist noch Leinstoff. Dass ich die Glasverarbeitung weitermachen kann. Okay. 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 so dann mache ich hier die verteilung da will sie hier eigentlich ganz entspannt stumpfsinnige arbeit machen und dann wird es auch noch vom chat genötigt richtig zu arbeiten also das geht ja eigentlich haben wir gar nicht brauche ich das jetzt nicht ansprechen brauche ich mich nicht schlecht fühlen das macht dann der chat von selbst oh so so okay das kriegen wir dann irgendwie auch vernünftig hin so voll so oh ne hier muss das hin und hier können wir 75 oh okay ich bin oh gott was hast du denn zu st 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 alter alter äh scg geschickt so gott 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 oh gott oh 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 we repeated die tiere hast du getötet und oh mein gott das mit dem börsen das kannst du doch nicht im internet veröffent Das Würstchen hat mich abgelenkt. Ich wusste gerade nicht, was ich machen wollte. Äh, der verfolgende Spur würde ich sagen. Aus dem Tunnelparadies finde ich super. So, dann haben wir das ein bisschen aufgeteilt. So, dann haben wir das ein bisschen aufgeteilt. So, dann sagen wir zum Beispiel, dass die einzige, die towelsに eine Eingellin kriegt. So, dann gehen wir mit der Kantein bei den Kantein zusammen. So, dann machen wir die Kantein mit dem Kantein. Was ist denn die empfohlene Entfernung, damit das nicht mehr nach oben hin strahlt? Also hier oben haben wir Höhe 66. Und hier sind wir so bei 54. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 drauf falls man das irgendwie erkennt vielleicht mit schlechter stream qualität ok auch der so 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 Warum denn? Und wie? Und seit wann? Vor allem, dass es... Gibt es dafür eine Tastenkombination? Gibt es dafür eine Tastenkombination? Okay, das hat funktioniert. Super. Ja, also das Bild selbst ist auch hart verschwommen. Das ist ganz normal. So. Okay. Hier rein. So. Oh. 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 Okay. Das war's für heute. Wo ist denn der blöde Wagen? Besser noch nicht fertig. Doch. Äh, ich starte mal eben das Spiel neu. Ja, komisches Teil immer wieder. Ja, komisches Teil immer wieder. Oh, falsches Spiel geladen. Ja, komisches Teil immer wieder. Ja, komisches Teil immer wieder. Gute Idee. Gute Idee. So. Weil die Windräder und das ist jetzt alles fertig. Das heißt das kann ich da reinschmeißen. Und dann Glasverarbeitung fertig machen. Bambam. 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 Das war's. Dann macht der Essensgeräusche, das ist ja auch genial. Halbes Level. Äh, äh, hier, hier, ne, da, da. Okay. Oh Gott, sieht das kacke aus. Hier ver. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, die Forschung läuft weiter. Das hat an normalem Stein gefehlt. Welche Höhe sind wir jetzt? 52. 50. Ups. Bis zum. So. Ja. Dankeschön. Was ist das? Töpferhandwerk habe ich gelernt. Dann machen wir jetzt Glasverarbeitung, das will ich eigentlich gar nicht lernen. Töpferhandwerk. Aber verbesserter Stein. Töpferhandwerk. Okay. Okay. Ups. Oh. 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 So was können wir denn jetzt als nächstes haben wir jetzt hier alles freigeschaltet und den technik papier erstellung haben wir schon mechanik da kommt wohl der alte mechanik was brauchen wir denn dafür grundlagenforschung zehn stück und lag und lag Das ist die Bär-kai-kai-kai-kai. Oh. bis gleich und viel spaß können wir hier noch die holzverarbeitung starten so 5 beauftragen 5 beauftragen und 100 beauftragen retter 50 beauftragen sehr gute idee sollten wir garantiert machen das verarbeitet bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Das war's für heute. 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 Okay, dann würde ich sagen, flanschen wir hier noch eins und vielleicht noch ein zweites. Wir schmeißen da auch noch den ganzen Stein rein. Okay, das sollte passen sogar. Okay. 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 Hm. 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 Oh, god. Oh. That is a bit and what. Ha, 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 ha. Oh, krass. Wie viele haben wir denn von dem, oh. Oh. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Also zumindest bei mir, bei dir sollte man auf jeden Fall vielleicht Upgrades reinpacken. Vielen Dank. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann noch mal zwei Lager, dass wir die unten vollstopfen können. So, dann noch zwei Lager. Ähm, dass man gefühlt alle paar Meter so ein Lager baut, den kann man dann hin und her schieben. So, dann noch zwei Lager. So, dann noch zwei Lager. So. Äh, ja. Warte mal. Ich guck doch einfach mal. So, wenn wir jetzt hier... Wie kann man denn tauchen? Also hier haben wir 66, die Höhe. Das hier sieht so aus, als ob das noch nach unten geht. Oh ja. Oh ja. Äh, verseucht. Gut. Wir können auch, ähm... auf der Höhe nach rechts abbiegen. Aber dann bleiben wir unterirdisch. Und füntern in die Richtung hier die Sachen machen. So. 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 Speaking. So. So. du meinst, dass man dann hier zwei mal rechts abbiegt und dann hier eigentlich an dieser Grenze wieder in die Richtung geht nur noch ein bisschen runter. Dann ist man direkt unter hier in dieser Region. Hallo. Gut. Ich bin nur zum Helfen da, ich habe nicht so die Idee, was man hier macht. Ich bin nur zum Helfen. Ich bin nur zum Helfen, ich bin nur zum Helfen. Ich bin nur zum Helfen. Ohne. Jo, mach das mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Ist das nicht Granit und braucht das nicht übelst viel Kraft um das abzubauen? Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Gut. Dann passt das ja. Ach, das ist Kohle. Oh ja. Ja, wenn die Wand abgebaut ist, können wir in die Richtung. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Spannende Musik Ah. Okay. Wo genau willst du zwei Lager hinsetzen? Hier zwei Lager hin. Ah, gut. Ja, dann habe ich dich doch richtig verstanden. Okay. 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 So. Okay. 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 Gott. Ah. Nice Glückwunsch. Hast da jetzt auch einen Förderturm draufgesetzt. Amen. 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 Bis zum nächsten Mal. Tsss. Sollte Hier runter oder hier runter? Ich hätte die Wand noch einen erweitert und dann hier noch weiter runter. Dass man so gesehen auf der anderen Seite hier von runter geht. Und Prost, Dalek. Bierschen ist immer gut. Oh. Alles in die 3 reinballern. Alles in die 1. Oh. Oh. Das ist das Fülle. Und jetzt noch ein paar Teile. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Uh. Uh. Hmm. Hmm. Ich bin Höhe 15. Ich bin Höhe 15. Ich bin Höhe 15. Ich bin Höhe 15. Untertitelung des ZDF, 2020 Glückwunsch zur Stufe 6, das ist mega. Ja. 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 Ach, lol. Wow, ich bin sieben Stufen nach oben gekommen. Ah, haha. Ich bin durch die Erde gefallen und auf Stufe 18 gelandet. Und jetzt versuche ich mich gerade hochzubuddeln. So, warte mal. Nee, warte. Darauf habe ich keine Lust. Echo Admin Befehl Teleport to Spawn. Irgendwelche Vorteile muss es doch haben, dass man... Admin. Weil das ist echt blöd. Okay. 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 Ich bin direkt unter meinem Lager. Nee, du brauchst nicht puddeln. Das wäre ja... Moment, diese Liste. Da. Teleport. 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 Vielen Dank. So, wir sind wieder frei. Dobby ist ein freier Elf. So, wir sind wieder frei. 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 Sous-titrage ST' 501 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. So, eins, zwei, drei. So, eins, drei. So, eins, drei. Oh, Glück gehabt. So, eins, drei. So, eins, drei. So, eins, drei. So, eins. 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 Das ist aber... alter schwede krass also mani hat das ganze hier geschafft und ich habe diese eine wand hier abgerissen wow gut 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 So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also dieses Stück hier, dieses einzelne Mauerelement ZDF, 2020 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 Ja, ich hätte jetzt hier, wäre ich jetzt hier in die Wand reingegangen und hier wäre ich dann auch noch in die Wand reingegangen, sodass zwei große Lager nebeneinander stehen können. Jo, super, also müssen wir hier jetzt noch drei Tief bauen. So, jetzt kommt die Wand reingegangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte die Spitzhacker noch reparieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist nämlich auch das, was ich so ganz dunkel in Erinnerung habe. Jetzt kämpfst du dir hier echt einen ab mit Lagerplatz und so weiter. Und der nächste Schritt ist dann so, boom, alles weg. Und dann so, boom, alles weg. Und dann so, boom, alles weg. Und dann so, boom, alles weg. Ja, da kommt so nach und nach Erinnerung hoch an schlimme Zeiten. Vor allem ganz übel habe ich die Erinnerung an, wie heißt das gleich noch, an Abluft. Das war auch noch ein Krampf. Das war die Erinnerung an, wie heißt das, die Erinnerung an, wie heißt das, die Erinnerung an? Das war die Erinnerung an, wie heißt das, die Erinnerung an? Das war die Erinnerung an, wie heißt das, die Erinnerung an? Ja, das war die Erinnerung an. Ja, deswegen sind wir wieder. Ja, gute Idee. Dann können wir da zumindest ein bisschen was... Oha. Kann ich das hier in die Fabrik schmeißen? Jetzt geht's. Ich habe ein paar Haare. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja genau, das dachte ich mir auch. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja. Ja. Das kann ich gleich mal machen. Du meinst das Windrad, ne? Ja genau. Ja. 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 Musik Oh. Oh. 10, 10, 10 times 10 and again. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see them doing a review. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Been ballin'. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Been ballin'. Haha, sei froh. Ich muss morgen noch arbeiten. Ja. 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 Na, ja. Ja, ja iphone. 错. So. Zuschauer, dir einen schönen Abend, gute Nacht und Schlaf gut. Und danke fürs dabei sein. Und Höhe 70 Bohrst du dich jetzt nach unten Oder wie? Das blaue Erz Ach, du meinst hier Tenum, nee Oh Gott Mir fällt das auch nicht mal an, wie das heißt Aber ich weiß, was du meinst Ja, Technum war's Und das war's Ja, ich weiß, was du mal an, wie das ist? Nice. Das freut mich, dass du da so weit jetzt kommst. Dann bist du damit ja eigentlich auch dann bald durch. Hast du schon Ignium auf Unendlich? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, oh, wegen unendlich Treibstoff, okay, ja, das erklärt es. Äh, ja, ähm, das Hirn ist Moose. Und mit Hirn ist Moose würde ich jetzt auch Feierabend machen. Ähm. Das ist schon Viertel nach zehn und morgen um sechs geht's wieder los. Äh, das ist nicht viel Schlaf. Aber das geht. Ich bin Schlimmeres gewöhnt. Aber für heute würde ich das jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, morgen beenden wir dann auch unseren Tunnelbau. So, dass wir unten ordentlich, ähm, Schlacke abladen können. Und mit dem Auto, genau, und mit dem Auto dann irgendwann so in 40 Stunden auch mal nach unten fahren können. Bis wir da sind, dauert es ja noch ein bisschen, aber so können wir dann erstmal starten. Und dann haben ein ordentliches Endlager. Ähm. Manni kann dann hier noch ein Schild drüber setzen. Irgendwie mit einem Atom-Symbol oder... Oh, gute Idee. Funktioniert das? Windows Smilies. Wer denn die verarbeitet? Schade, leider nicht. Oh. Das hätte ich jetzt gebraucht. So ein schönes Atom-Logo da oben dran. Ja, genau. Äh, Manni lassen wir jetzt alleine buddeln. Morgen sollte das dann alles fertig sein. Gehe ich davon aus, ne? Ähm. Genau. Und euch dann eine gute Nacht. Einen schönen Abend. Ähm. Danke fürs Dabeisein. Und morgen geht das Buddeln dann weiter. Und ich hoffe, wir können dann mit der Erzforschung anfangen. Und eine Sache hatte ich mir gedacht. Ich, ich, hier auf dieser Insel machen wir vielleicht den Schmiedekomplex mit der Umweltverschmutzung. Das ist ein bisschen außerhalb. Wir kommen da schnell hin. Und es stört dann nicht so, wenn wir alles zerlegen. Ähm. So erstmal nicht. Das tut mir leid. Wir machen das hier Singleplayer mäßig. Nur zu zweit. Ja. Erstmal. Denke ich nicht. Genau. Aber so erstmal gute Nacht. Auf Wiedersehen. Danke fürs Dabeisein. Und. Cheerio. Und auf Wiedersehen. Ciao. Bis morgen.